Bei diesem Artikel handelt es sich um den altbewährten Stehsammler. In ihm können Sie Ihre Materialien einlegen, sammeln und ordnen. Den Stehsammler bekommen Sie in den unterschiedlichsten Größen und Materialien, sogar aus Metall. Für einen Überblick unserer gesamten Stehsammler klicken Sie ganz einfach auf das Video mit dem Titel Schuber.